Moin Moin und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PartyXLP. Fluffy hat mich gefragt, ob ich mal Kevin James als Mii versuchen kann und ich habe Ja gesagt. Warum nicht? Und dann fangen wir mal an. Geschlecht ist natürlich männlich, ne? Alles klar. Jetzt muss ich überlegen, wie ich den mache. Erstmal fangen wir mit der Frisur an. Äh, die Gesichtszüge kann man da immer noch verändern. Ja, doch. So könnte die Frisur eigentlich schon hinkommen, aber die Farbe bestimmt nicht ganz zu hell. Ja, ich würde sagen, ich lasse es eher bei ihm. So, dann mache ich mich mal als nächstes an seine Augenbrauen. Der hat ja hier so, das ist glaube ich zu dünn. Erstmal mache ich die auch in der Farbe und ich drehe die mal ein bisschen Richtung... Ich nehme erstmal die, wo ich gucke... Oh Gott, nein. Auf gar keinen Fall. Ne. Was haben wir da noch? Ja, super. Alles klar. Ey, traumhaft. Wirklich. Ach du Schöne. Ne, das passt überhaupt nicht. Da fand ich die, die ich eben gerade schon hatte, besser, die hier. Die sind auch nicht zu dick und äh... Ja. Ich bleib mal bei denen. Ähm. Nehmen wir die Augen. Man sieht auch, dass die Nase und die Augen so... Ja, zusammen sind, kann man sagen. Ähm. Ne. Ne. Ja, genau. Ähm. Genau, aber so ist doch cool. Passt ja, wie die Faust aufs Auge. Äh. Welche Augenfarbe hat er denn? Sieht bräunlich aus, ne? Äh, manchmal bläulich. Äh, gräulich. Ich mach mal grün. Grün sieht da eher stimmiger aus. Aber, ähm... Das passt mir alles nicht. Das ist schwer. Genau, so ist cool. Ähm. Bin ich nicht zufrieden mit. Ne. Ich belasse es erstmal bei den Augen. Und, äh... Nehmen wir mal die Nase. Dann müsste es am besten eine Runde sein. Mhm. Ich würde aber, glaube ich, sogar nochmal die Augenbrauen und sowas ein Stück nach oben setzen. Genauso wie die Augen nochmal zwei Stücke nach oben. Die Nase würde ich, glaube ich, auch nochmal ein Stück nach oben setzen. Und, äh, sogar noch einen Tick größer machen. Vielleicht nur noch einen. Alter, das ist doch, glaube ich, langsam zu groß. Alter, komm schon. Ähm. Ja, es ist zu groß. Aber, ich würde den noch... Sonst machen wir die Augen weiter zusammen. Ähm. Ich mach mal die Nase noch ein Stück runter. Guck mal, bei ihm ist das nämlich auch so zusammen. Von daher... ...würde ich das jetzt mal an der Stelle so lassen. Äh, ich würde... Ja, grinsen. Ich geb ihm mal ein Grinsen. Oh Gott, nee, das ist richtig Panne. Ich würde ihm das geben. Hm. Aber noch ist der Kopf mir nicht ganz... ...genug. Ähm. Ich mach mal die Kopfform, die Ende der ich mal. Die mach mal ein bisschen... Joach. Rund. Ja, genau. So rund gefällt mir das. Ähm. Aber... Kinn. Fehlt mir. Kind fehlt mir noch. Hm. Hm. Ich find das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber irgendwas fehlt mir da noch. Hm. 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 Das geht nicht. Das ist kacke. Na, weil er hat ja diese... ...Falten an den Augen. Scheiße. Geht nicht. Schade. Aber Skin, das muss sein. Das ist No-Go. Oh, Entschuldigung. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also... Ich würde ihn eher... Ja, gut. Ich würde ihn mal normal groß lassen. Aber er ist halt nur mal mollig, ne? Ähm. Ich weiß nicht. Hat er noch irgendwelche Auffälligkeiten im Gesicht? Ähm. Er hat aber auch keinen Bart oder sowas, ne? Er hat halt nur Stoppeln. Und das ist doof zu machen. Ich würde sagen... Ähm. Aber so an sich gefällt mir der Mie... Äh, der kommt mir so klein vor. Ich mach mal ein bisschen größer. Aber das wäre ja ein bisschen gemein, hier so klein zu lassen. Also ich würde jetzt erst mal den Mie so lassen. Äh. So gefällt ihm eigentlich ganz gut. Äh. Aber da frage ich lieber nachher Fluffy nochmal... Äh. Direkt Kevin J. Ich fasse sogar gerade so eben hin, ne? Kevin James. Oh, shit. Da sieht man es gerade noch. Äh. Was mach ich denn erstmal raus? Äh. Äh. Kevin James. Aber richtig gut. Alles klar. Das ist immer geil. Wenn ich einmal im Browser was überprüfe, äh, sieht man das. So. Äh. Erstmal der Geburtstag ist heute. Heute ist der 24. Oh, ich geh mal runter. So geht das, glaub ich, schneller. 24. 8. Mensch. In 4 Monaten hab ich Geburtstag. Scheiße. Ich werd alt. Äh. Party X-Tar. Ist der Urheber? Zack. Ja, ich weiß. Äh. Gebe ich ihn... Äh. Ah, boah. Was würd ich denn jetzt anziehen? In Schwarz. Ich lass ihn mal schwarz. Gut. Also. So würde ich sagen, äh, sieht Kevin James aus. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Äh. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Äh. Wenn euch auch noch mal ein Mi einfällt, dann könnt ihr gerne den in die Kommentare schreiben. Ich werd versuchen, ihn zu machen. Ich hab auch noch einen zweiten Mi in der Warteschlange, äh, von K. Der hat zu mir gesagt, mach mal doch, äh, Dr. Evil. Und ich werd morgen mal versuchen, auch noch Dr. Evil zu machen. Aber das seht ihr ja dann morgen im Stream, hätte ich beinahe gesagt. Nein, in der Aufnahme. Ähm. Ich hoffe, ihr seid heute Abend bei meinem Stream wieder, äh, mit dabei. Den QR-Code-Link, den packe ich auf. Auch in die Beschreibung, äh, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, ciao. Euer PaddyXLP. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.